Der Türsteher, die können alle zu mir, die können alle rein. Auch der mit der roten Jacke, so sieht's aus. Let's start, go! Ich bin Kessem, euer Liga-Anzider und heute wird's Zeit für die zweite Folge Liga-Anzider Hot Takes, unser Community-Check-In. Wie ihr eincheckt, hab ich euch letzte Woche schon erzählt. Geht einfach mal auf Liga-Anzider.de, sucht euch da eure Lieblingsmeldung raus, gebt euren Senf dazu und mit ein bisschen Glück klingel ich euch hier jeden Mittwoch rein ins Format und ja, Klingeln ist eigentlich das Stichwort. Wenn ihr die Folgen nicht mehr verpassen wollt, dann drückt gerne auf die Glocke. Jeden Mittwoch gibt's nämlich jetzt hier die Hot Takes und wenn ihr da heiß dranbleiben wollt, dann macht doch die Glocke klar und lasst auch gerne ein Abo da, denn das müsst ihr machen. Ansonsten bekommt ihr keine Notification und damit gehen wir mal rein in die Meldung. Alter, was ihr da wieder rausgehauen habt, ne? Heiliger Bim Bam. So, und wir starten mal mit der ersten Meldung und die kommt von unserer ersten Hot Takes Folge, die hab ich nämlich dann released auf unserer Website, Liga-Anzider.de und dann ging ja das Feuer los und sind da, Alter, da sind Dinger reingekracht, ne? Alter, einer nach dem anderen, richtig geil, hab ich so gefeiert und einer war dabei, direkt an mich adressiert, deswegen hat er mich natürlich doppelt gecatcht, darauf stehe ich ja. Ja, und das ist unser User Pauli Walnuts und er schreibt, gutes Format, Hot Takes, speziell für Kessem, Pauli wird noch vor Kiel, Bochum und Konsorten Absteiger Nummer 1. Also, Bro, erstmal heißt du Pauli, also du gehst quasi direkt mit dem Sammel gegen deinen eigenen Namen, schon mal spannend. Und dann gehst du natürlich gegen meinen Herzensverein, das ist gewagt, aber sexy, weil zweiter Spieltag gab's nämlich für Braun-Weiß, gab's auf die Mütze, deswegen gar nicht so ein schlechter Call von dir. Ich persönlich bekomm auch grad das Gefühl, dass Hürzela und Hartl vielleicht doch zu krass fehlen, vorne wie hinten, also es ist wohl doch zu vieles zu neu. Spiel 1 gegen Heidenheim hab ich mir nochmal angeschaut und die waren besser. Also, du musst es da auch ziehen. Mehr Torschüsse, mehr Ballbesitz, mehr gewonnene Zweikämpfe, aber die Tore machen Paul und Jan und gegen Union, Diggi. Selbes Bild, ne? Mehr Ballbesitz, mehr gewonnene Zweikämpfe, Benedikt ist effizient, ja. Und damit eigentlich auch der absolute Albtraumstart für alle Paulianer. Absteiger Nummer 1, schreibt uns hier Pauli Walnuts. Also, ich geh hier dagegen, Pauli, du findest mich in den DMs, wir spielen hier um eine kleine Ingwer-Limonade und die servier ich dir, wenn Pauli wirklich auf der 18 landen sollte. Ich sag nein, Pauli, wir sprechen uns. So, und dann zur ersten Spielermeldung jetzt. Gnabry tritt aus Gründen der Belastungssteuerung kürzer. Heiß diskutierter Artikel mit, ja, mittlerweile jetzt 500 Kommentaren plus. Und Mladen Bowman ist hier on fire. Er sagt, seit Jahren nichts geleistet, kaum Belastung zu spüren bekommen und dann sowas lächerlich. Da schmecken die 20 Millionen. Also, feiere ich erstmal richtig doll. Letzte Saison übergreifend 28 Pflichtspiele, verletzt oder krank verpasst, tatsächlich. Viele Muskelverletzungen hat der Gute gehabt. Klar muss man da jetzt auch steuern. Der ist jetzt 29, aber das zeigt auch gerade den Stellenwert von einem Serge Gnabry beim FC Bayern. Also, die wollen um Gottes Willen hier den nicht überspielen. Und ich glaube, der FC Bayern macht das hier genau richtig. Du spielst hier auf die Kickbase-Marktwert an, dachte ich erst. Dann habe ich nochmal die, dann habe ich nochmal recherchiert. Gehalt, September, 23, FCB-Insider-Artikel. Der wirklich, der verdient rund 20 Millionen im Jahr. Das ist, glaube ich, keine so schlechte Ausbeute. Letztes Jahr lediglich 10 Bundesligaspiele gemacht, 5 davon gestartet. Das Jahr davor war aber richtig gut, muss man auch dazu sagen. 20 Torbeteiligungen in der Bundesliga. Und vielleicht erleben wir diese Saison die Renaissance. Ja, Mladen. Also, wenn du mich fragst, Gnabry hat da wirklich gut verhandelt. Und mir wird es schon reichen, wenn die Jungs oder die Kollegen uns beiden von der Säbener Straße irgendwie, keine Ahnung, in Urlaub spendieren, irgendwie Malediven, Bahamas. Also, ich werde dafür beides offen. Ja, moi, Mladen und de Kessem, ganz moi in Urlaub schicke. Palacios trainiert vollständig mit dem Team. Official Jose Mourinho. Muss es ja auch der Richtige sein. Der schreibt, was jeder, der Fußball kennt, der Leverkusen kennt, der Xabi Alonso wirklich kennt, weiß, ein fitter Palacios spielt immer Startelf. Immer. Gibt keine Konkurrenz in der Bundesliga. Nur Rotir und Bellingham würden ihn benchen. Also, beim Basketball würde man jetzt sagen, das wäre so ein richtiger Statement-Dank richtig geil. Also, fühle ich hier zu 100 Prozent, gerade jetzt nach dem Invincible-Letdown, ja, Palacios nochmal eine andere Qualität. Will die auch gar nicht absprechen von André und Garcia. Aber, ja, also, das ist wirklich, der ist da wirklich außer Konkurrenz. Und in unserer VA-Gruppe, da nennen sie ihn auch nur noch den argentinischen Kettenhund. Und wenn du den live siehst, wie der verteidigt, wie der da in die Hocke geht, also wirklich, habe ich ihn so noch nie gesehen, ist vielleicht einer auch wirklich der geilsten Verteidiger, sage ich mal, obwohl er im Mittelfeld spielt, aber der am geilsten verteidigen kann, der Bundesliga. Und ich habe in die VA-Gruppe, ich habe da meinen Kontaktmann, habe ich natürlich eine Frage gestellt, ist er denn schon eine Option fürs Wochenende? Und ich habe genau ein Wort zurückbekommen, nein. Gut, und damit ist es, denke ich mal, auch erstmal vom Tisch, der wird natürlich jetzt erstmal ans Team herangeführt, ist im Team-Training jetzt, und ja. Und wenn wir hier schon bei den Hot-Takes sind, dann muss ich auch zum hottesten Team, vielleicht sogar aktuell zum hottesten Spieler. Und unsere Meldung dazu, Stabilität statt DFB-Spiele. Wanner sagt Debüt bei U21 ab, und wir haben den O-Ton von DiSalvo, den kicke ich hier noch direkt hinterher, auf sein Wunsch hin, und wegen der Belastung der vergangenen Wochen möchte er sich erst darauf konzentrieren, stabil zu bleiben und in der Bundesliga anzukommen. Und Artomat, so geil, ja, dann bekommt er halt eine Statue in Heidenheim. Auch das mega gut, Bro, ich bin da komplett bei Art, ich bin bei dir. Klar, Eingewöhnung, aber ey, we talking about Nazio, Adler auf der Brust, also, du kannst Nationalheld werden. Wenn DiSalvo mich anrufen würde, dann würde ich erst mal tanzen, glaube ich. Dann würde ich eine fette Party schmeißen irgendwie mit meinen Jungs. Und, äh, Alter, zwei Spiele gemacht. Gegen St. Pauli und Augsburg. Also, die Sterne stehen wirklich perfekt für dich. Stell dir vor, du wärst gegen Leverkusen und Bayern gestartet, dann wäre das wahrscheinlich vielleicht ein ganz anderes Spotlight gewesen. Also, komm, Eingewöhnung, wirklich alles gut. Ich verstehe es nicht, aber wer trifft, hat recht, sagt man so, im Basketball. Und Paul Wanner, beide Spiele bis jetzt getroffen, von daher, der Boy hat recht. Aber, Junge, ich will dich trotzdem im Nazio Dress sehen, period. Das muss mir versprechen. Guti, und damit gehen wir zur letzten Meldung. Und, uff, Antje Olsen nach Zusammenprall ausgewechselt. Gab schon Entwarnung bei einer CT-Untersuchung. Da wurde wild spekuliert in den Kommentaren. Und Ali schmeißt alle User erst mal in die Eistorne. Er sagt, Ferndiagnosen immer gut. Bin ich komplett bei Ali, ne? Ja, Fakten zählen doch, ne? Hört doch auf zu spekulieren. Aber lass den Jungen noch erst mal untersuchen. Dann hoffen wir, dass er rechtzeitig fit wird fürs Wochenende. Und bei Mainz in der Innenverteidigung, da ist ja auch ein bisschen was passiert. Ein ganz spannender Mann, der sich da nämlich neben Antje Olsen so einrangiert. Das ist nämlich der Moritz. Und den schauen wir uns an im Factsheet. Wir starten mal hier im Factsheet mit einem Zitat von ihm. Und zwar sagt er, Von mir wird erwartet, dass ich der Leader hinten bin. Dass ich die Mannschaft organisiere. Ja, dann organisiere ich mir den mal hier schön aufs Factsheet. Und wir starten. Wir haben uns wieder aufgeteilt in Upside und Downside. Was spricht denn aktuell für Moritz Jens? Und ich habe mir den mal genau angeguckt. Und erst mal ist er natürlich die Soforthilfe für den Abgang von Sepp Vandenberg. Da wurde ja händeringend gesucht. Und Moritz Jens hat ja gesagt, er ist der neue 1,90 Leuchtturm, der 05er. Und ja, hat jetzt erst mal freie Bahn. Leitsch direkt verletzt im ersten Spiel. Da musste er raus. Dann kam Bell rein. Der hat es echt gut gemacht. Bell dann gestartet. Nächstes Spiel in Stuttgart. Musste dann aber auch weichen. Sah da auch nicht so gut aus. Und Leitsch kam dann rein. Hat dann sogar noch am Ende das 3-3 geknipst. Aber beide Spieler sind sehr verletzungsanfällig. Und von daher kann er sich hier erst mal richtig gute Abwehr-Boss-Hoffnungen machen. Und ist da jetzt erst mal auch gesetzt. Er kommt nämlich geliehen von Wolfsburg. Ist da versehen mit einer Kaufoption. Schrieb mir Bennett. Und ja, 33 Bully-Games auf Schalke. Ist dann aber abgestiegen. Und letzte Saison hat er auch für Wolfsburg auch gespielt. Und ich habe mir mal die Stats angeschaut. Was hat er denn in Wolfsburg so fabriziert? Und der Junge war richtig gut. Also Platz 29. Letzte Saison bei der Passquote. Also eine gute Passschärfe. 87 Prozent. Ey, Zweikämpfe. Mega gut. Boden 60 Prozent. Luft fast 70 Prozent. Das ist enorm. Das ist Platz 11 der Bundesliga. Und Tacklingquote 64 Prozent. Das ist Platz 3. Und auch noch geklärte Bälle. Die macht er ja auch noch im Schuh. Über 5 im Schnitt. Da ist er auch Platz 4 der Liga. Also ein richtiges Stats-Monster. Und vielleicht, rein von den Werten her, ein Top-10-Verteidiger der Bundesliga. Und das war mir gar nicht so krass bewusst. Deswegen hatte mich das wirklich heute Morgen, als ich das mal so aufgeblättert habe, hat mich das positiv überrascht. Bei 21 Starts. Das müssen wir auch noch mal ihm akkreditieren. Also der hat schon ein richtiges geiles Profil, was die 05er hier gescoutet haben. Und als letzten Punkt habe ich Stabilisator mit Impact. Der kann hier wirklich die Lücke gut schließen, die Vandenberg hinterlassen hat. Und kann das hier wirklich zusammenschnüren. Und Mainz vielleicht die 1-2 Prozent besser machen, um sie dann auch in der Tabelle hochzukatapultieren. Also das wäre ja ganz spannend. Wir kommen zur Downside. Und da ist mein erster Punkt, die Verletzungshistorie. Der kommt auch ganz frisch von einer Muskelverletzung. Verpasste nämlich mit dieser auch die ersten beiden Wolfsburger Spiele. War jetzt beim Testspiel dabei. Gegen Darmstadt. 70 Minuten gespielt. Und in der 71. Minute trifft dann Kleefisch. Für die Darmstädter Spiegel geht dann 0-1 leider verloren. Da hat dann wirklich der Stabilisator mit Impact gefehlt, wenn ich mir hier noch mal die Upside anschaue. Ja. Er hat wenig Offensivgefahr. Das ist auch so eine Downside, die ich mir da auch mal angeschaut habe. Bundesliga-Scorer 0. Also und das mit 1,90. Also da kannst du vorne auch mal gut ein Ding reinköpfen. Ich sag ja nur. Aber vielleicht macht er das ja diese Saison. Wird auf jeden Fall ganz spannend. Dann habe ich noch als letzten Punkt Downside. Aura und Winning Mentality. Also für mich ist es jetzt nicht so, da steht irgendwie ein Moritz Jens auf dem Feld. und ja, der steht irgendwie für Sieg, für, dass sie das Ding da ziehen. Die gewinnen das Spiel. Auf Schalke musste er ja, da war auch zwei, drei Jahre jünger, muss man dazu sagen, ist er natürlich auch abgestiegen. Wolfsburg letzte Saison war eine Achterbahnfahrt. Einfach weil da auch die Geschlossenheit eventuell auch ein bisschen gefehlt hat und der immer mal auch rausrotierte. Und der kann sich jetzt hier richtig neu einfinden. In einem richtig geregelten, ruhigen Mainzer Umfeld. Finde ich richtig cool. Hatte auch einen super Trainer, hat eine geschlossene Mannschaft, eine gute Teamchemie und ja, viele kleine Anführer. Und ich sage, das wird richtig gut. Ich habe ihm mal hier in meinem Score 4 von 5 Sternen gegeben und ich kann mir das richtig gut vorstellen, dass Moritz Jens sich geil einfindet in Mainz. Ja Leute, waren wieder ein paar knackige Dinger von euch dabei. Schreibt mir auf jeden Fall, ich haue den Artikel gleich wieder rein auf der Liga-Anzeiter-Seite. Haut mir da wieder eure Takes rein. Einer landet auf jeden Fall safe am nächsten Mittwoch hier im Studio. Und ich mache morgen mal eine Stats-Folge, die heißt Datengold. Ich bin nämlich morgen auch im Game Changer am Donnerstag als Host zu Gast. Deswegen brauche ich natürlich auch ein bisschen Stats wissen. Ich haue euch nochmal die beiden Videos rein. Wir hatten hier gestern unser neues Game Changer-Ranking für die Torhüter. Gerne mal reinschauen. Und hier hatten wir die Gewinner und Überraschungen der Länderspielpause. Und damit bin ich auch wieder raus und sage Tschüss. Tschüss.